Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit dem Kabin nach der 53. Welle. Alles ganz gut überstanden. Ja, gut. Jetzt ist bloß noch ein bisschen Feinarbeit, weil wie gesagt, wir haben gestern hier noch ein bisschen umgebaut. Es funktioniert gut. Höhentechnischerweise. Das Einzige, was die jetzt noch machen, ist, ich werde das nochmal höhenmäßig anpassen. Und ich werde das abreißen hier. Und werde das hier nach dieser Höhe richten. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir mal jetzt so schnell. In der Zwischenzeit sollte schon ein bisschen Sonne sein. Und dann sehen wir nämlich, ob das da auch funktionieren tut. Und dann geht das wieder an die alte Strecke. Weil wir brauchen natürlich auch wieder neue Sachen. Was das Schwefel an ihnen tut. Das ist der Kreislauf hier. Das ist der ewige Kreislauf. Aber, das kriegen wir auch hin. Und wie gesagt, ich setze dann hier auch die Poller hin. Es ist eigentlich egal, aber das Wohlfühl. Gefühle. Das machen wir. Wir bauen das jetzt hier alle zu weit rum. Und dann ist es gut. Es hält noch. Das finde ich schön. So. Bringt mir alles nichts. Weil dafür brauche ich natürlich... Ich brauche... Bretter und Stämme. Bretter und Stämme. Das heißt, ich muss nochmal Holz holen gehen. Mein Inventar sagt er aber... Nö. Ist ja noch voll von Letzember. Dann nehmen wir das erstmal schnell auseinander. Weil, wie gesagt... Gämbeln war gestern. Auseinandernehmen ist heute. Ob es denn morgen immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber wir werden schon sehen. Falsch, der kommt darin. Dö, Sperling. Dö, Leder. Dö, reicht. So, ähm... Benzin müsste ich ja auch eh ein, zwei Stück haben. Ja, 700 sollte reichen, ne? Für uns sollte das reichen. Und Steine sollte ich mitknattern, wa? Steine ist auch so ein Ding, was ich auch brauche. Steine. Denn der Kabi muss das ja dann auch noch aufwerten. Zwei Stufen. Ah, es wird noch... Es wird noch dauern. Und dann muss ich mir ja auch noch Wartungskits herstellen. Die guten alten Wartungskits. Denn ohne Wartungskits brauche ich da ja nicht erstmal auftauchen. Weil es ja... Es wäre spärlich. Spärlich? Spärlich und gefährlich. So, ähm... Ach so. Ich wollte jetzt gerade sagen, dann kann ich ja schon mal hier neu machen. Aber die ja nicht. Es hängt mal wieder an die Jederme. Diese verdammten Jederme. Die hängen hier zum Hals raus. Also, machen sie nicht. Würde ja komisch aussehen, aber... Also, das geht doch nicht. Das ist doch... Ich kriege... Ist genauso das Ding mit dem Holz. Ehen hier... Ehen so ein Ding. Na, sollen sie doch die Jederme rausnehmen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. So, da bin ich auch wieder. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zurück. Ich habe jetzt so 100 Holz. Und ich habe ein paar Steine weggeknattert. Und ich habe das nochmal mir angeguckt. Hier mit den Questen. Na gut, das ist schon richtig. Nur die Menge ist nicht richtig. Alter, ich muss 60 Stück von den Zombies... Und übrigens, ich muss dieselbe Quest normal eben halt im Schnee-Bio machen. Weil, wie ihr sagt, ich brauche auch noch 10 hier vorne Zombies. Also, 10 Frosty-Zombies. Und eh mal 10 normale. Nicht 10, 60. Also, von jeden 60. 60 normale Zombies, die angezeigt worden sind hier. Und 60 von diesen Schnee-Zombies. Ja. Ja, gut, ne? Ich habe es mir eher so ausgesucht. Ich habe da was flattern gehört. Ihr seid das, wa? Ihr seid flatternweise. Flatter Strom. So. Dann machen wir uns mal ein paar... Ey, das hört sich an, als ob da irgendwas angeflattert kommt oder angelogen. Da, seht ihr? Sechs Stück. Weil, wie ihr sagt, hier oder so... Warum kann man das nicht teilen? Ist ein großer Didärm... Also, wenn du da so... Das ist ja nicht so kurz. Also, wenn... Dann hast du ja so... Ja, Meta. Oder warum kann man die Didärme nicht einfach komplett weglassen? Das ist einfach bloß ne... Mutwillige... Verknappung. Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Das ist ne gewollte Verknappung. Das ist das. Komm her, lass dich verknappen. Oder warum kann ich nicht hier, wenn ich die... Äh... Zombösen auseinandernehme, warum kann ich nicht denen die Didärme nehmen? Hey, da ist so ein Zombie. Genau die muss ich wegmachen. Und sechzig Stück davon. Und genau nur diese Sorte von Zombies. Und nicht hier so ne, sondern nur diese. Also, das könnte eins wie Sekündchen dauern. Gut, man. Unterschätze ich manchmal mal, wie schnell das geht. Das könnte man vielleicht ab und zu mal unterschätzen. Was? Da ist noch einer. Sind schon mal zwei mehr. Ja, da kommen auch noch welche, aber ich seh noch keine Schülter über. Ey, quasi, ich mach jetzt eh noch Gronkh. Nur nicht mit Tieren. Ich jahre hier, äh... Namen. Also, quasi, werden jetzt Tiere... Werdet legalet Gronkh. Weil, das ist ja vom Spiel so gewollt. Ich habe das nicht gewollt. Doch, das Spiel, das hat gesagt, das muss so sein. Los! Du mit deinen Funzel-Augen... Damit kannst du mich auch nicht mehr eindrucken. Du T3000... Nee, du bist bloß ein T3 bist du. Du bist zufällig zu schnell auseinandergefallen. So, ähm... Ja, gut. Wie gesagt, das sind... 100... 200... 300... 400... 500... 550. Müssten das sein, ne? Geht doch richtig, der Annahme. Ich kontrolliere das nochmal. Also, wir haben hier... Also, wenn drin kommt, tut 100. Also, müssten 100 sein. Die müssten so ja noch mehr sein, wa? Wenn das aufgewertet ist. Oh, ich weiß das jetzt ja nicht. Muss ich mal nachschauen. Also, hier sind 50. Das sind 100. Das sind 200. Das sind 300. 350. Die konstant rennen die hin. Aber wohl konstant auch will er rausgenommen werden. Dat ist konstant. Aber wenn ich das jetzt hier erstmal so kurz mal kappe, dann kann der sich erstmal drin holen und dann gehen wir mal weiter. Es wäre schön, wenn ich das jetzt kontrollieren könnte, wenn da Strom drin wäre. Aber ist ja nicht. So, und seht ihr? Jetzt kann er nämlich laden. Da wird nämlich nichts rausgeholt. Ich muss mir hier noch eine Schaltzentrale hinbauen. Einen Schalter. Nee, ein Upgrade ist noch. Ja, gut, wa? Bin gleich wieder zurück. Mehr Strom. Mehr Sachen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das ziehen wir jetzt durch. Äh, da. Gut. Aber das auch. Und dann können wir gleich mal kicken, was da ein Strom rennen tut. Und ich werde gleich dann normal rennen, weil ich muss ja den Schalter bauen. Obwohl, wie gesagt, das soll eigentlich durchgehend gehen. Da soll nicht mit Schalter oder sonst irgendwas. Dann muss ich ja nochmal vier Stück hinbauen. Gut, dann brauche ich aber die Ventilatoren nicht, ne? Ah, das geht. Also müssen wir nochmal vier Stück hinbauen. Dass das komplett autonom ist. Na gut, dann machen wir das. Dann kommt... Na, dann hätte ich mir das doch ja nie brauchen... Äh, bauen brauchen. Ach, Mensch. Also müssen nochmal vier ran. Aber dem müsstet reichen. Sag ich mir jetzt mal so. Los! Fliegt los! Warum fliegst du denn nie los? Dat ist drinnen, dit ist drinnen. Ach, du brauchst doch Saatjut. Das sag ich doch ganz gut. Wow, hier haben sie drei Stück. Ist ja gut. Hätte mir auch fallen müssen. Ja, gut, ne? Ich glaube, ich muss nochmal runter. Ja, gut, muss ich ja so oder so. Ich brauche... Viermal Strom. Das heißt, ich brauche dit viermal und dit viermal. Und dit viermal. Dit werden wir uns jetzt unten rauspulen. Äh, 20 brauche ich davon, ne? Ja. Ne. Bei vier sind dit 40. Aber nie so schlimm. 40 Platten, vier Motoren, vier Stecker. Nicht so kompliziert. Was muss ich jetzt machen? Muss irgendwo oder so will er hoch und runter rennen? Weil ich muss ja dit auch noch aufwerten. Weil bis jetzt sind ja dann quasi, nicht nur quasi, dit sind ja dann nur, ähm, 40. Ne, 25. 25 Watt, aber dann aufgewertet auf 50. Dann muss ik mir noch ne Batterie bauen, du Honk, weil dit so nicht funktioniert. Weil anschlusstechnischerweise, hast du doch gesagt, Junge. Man merkt dit doch mal. Dann ist auch schon wieder ne Ausgabe, die du dir ne hast. Aber wenn ich dit hier jetzt wegreiße, hab ich dit doch. Schönen Tag. So, warten sie mal. So, da kam da. Ne, da ist noch wat drinne. So, hier wird dann... Ja, mein Inventar ist voll, du bist auch voll. Voll und cool. So, Batterien brauche ich noch. Ich brauche noch Batterien. Wenn ich die Batterien hab, dann geht das alles... Warte mal, dit kann ja da schon mal rin. So, dat sollte erst mal reichen. Wo sind die denn? Ach da, sind die Nägel. Ja gut. Ähm, hab ik Platz? Ja, hast da, aber... Könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Mi, ma, mi, ma, mi. Oh, Alter. Ich hab jetzt schon wieder die Minienz in den Kopf. So. Machen wir mal schnell zwei Batterien. Braucht keine Batterien zum Hochwerten, ne? Jo, dass ich mir dit gemerkt hab. Der Kabin braucht zwei Batterien. Dat hat er nicht verschwiegen. Keine Ahnung. Aber wenn es euch trotzdem dir fällt... Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Und abonniert den Kanal. Und falls noch eine Kanalmitgliedschaft drinne wär... Tätigt mir sehr darüber freuen, wenn... Dit ist nämlich nochmal ne extra Unterstützung und, äh... Ich kann nicht Danke genug sagen. Dankeschön. Also kann ich wirklich nicht, also... Hallo? Ich bin so ein kleiner Kanal, dass der überhaupt von euch unterstützt wird. Ist ja schon mal krass. So, warte mal. Nein! Oh, alter Schweine. Ich wollte den Uffwerten nicht abreißen. So, also... Äh, nee, dat ist noch nicht. Dat will ich noch nicht. Äh... Der soll nämlich... Der kommt nämlich jetzt hier ran. Und der kommt jetzt da ran. So, dat heißt, ich hab jetzt mehr Strom. Also, ihr könnt jetzt mehr Strom sammeln. Aber... Jetzt kann ich mich auch mehr hinstellen. Wisst ihr? So, ja. Da ist ja noch ein A-Ri. Eins. Äh, da war der hinten. Zwei. Drei. Und vier. Vier Räte angeschlossen. So, wo sind die? Da ist der Nagel. Ich hab den Nagel auf den Kopf getroffen. So. Also. Schließe ich jetzt an. Und es sind ja bloß 25 Watt. Aber aus die 25 Watt machen wir gleich... Hier sagt 50. Also, ist mein Plan. Und denn sollte durchgehend immer durchgehender Strom... Äh, strömer. Sollte strömern sollte dat. Und zwar durchgehen. Solange dat, äh, da ist, dann wird dat nämlich auch repariert. Denn ist dat ganz gut, dass hier zwei Batterien sind. Oh, dat werd ich denn bei den anderen auch so machen. Naja, muss ik ja machen. Aber dann wissen wir schon mal, wat ik an Batterien brauch, ach du Scheiße. Naja, jut, wa? Ist dat überdimensioniert? Jawohl. Aber wie ihr sagt, ik will... Ik will hier am besten nichts tun. Außer nochmal runterrennen wegen Titanbahnen. Dat, dat, dat mach ik noch. Aber den will ik nix mehr tun. Ik will den bloß hier hochkommen und Sachen einraten. Dit is mein Ziel. Ik hab's nicht vergessen. Ik hab's nur verdrängt. Hehehehe. So. So, dat heist... Aber den haut dat doch hin. Den hab ik... Irgendwann un... Also ik hab ja jetzt 500 plus 50. 500 jenen rin. 50 hab ik immer auf der hohen Kante. Also rein theoretisch müsste dat immer... Saft bekommen. Weil ik bin ja immer noch der Meinung, dat dat durch ihn is. Also quasi dat is dat wat hier später... So dat is aufstapelnderweise. So, seht ihr? 25, 250, 370, 500. Ik hab's durchschaut. Also haben wir 50 Strom immer plus. Also wenn ik dat jetzt halt ufgewertet hab. Eins. Zwei. Drei. Scheiße. Zack. Äh. Herstellen. Ehen's nur. Weil dat blick mir aufheben hier, dat da. Für Sparta. Für Sparta, alter Plaster. Äh, Plastik. Oh, Junge! Übertreibet doch nicht immer. So. Sie haben jetzt genügend Strom. Also sie bekommen genügend Strom. Also das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Also bitteschön. Also. Viere. Ach du Scheiße. Sieben. Achte. Neune. Scheiße. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ich sag mal, bin ich zu blöd? Also nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf Stück. Nicht so schwer. Du brauchst jetzt zwölf Motoren insgesamt. Einen hast du schon. Also brauchst du noch elf Motoren. Bloß den anderen Scheiß. Wenn ich jetzt da oben Plastik sammle, äh, äh, Plastik und Gummi sammle, was, meh dann? Wie hoch ist die Chance, das da oben zu, ach du Scheiße, Erde zu finden? Gut, aber das brauch ich ja nicht, ne? Warte mal. Wenn ich jetzt das auseinandernehme, dann hab ich ja wieder Plastik. Weil dafür brauch ich das ja nicht. Lass mich das jetzt dafür nicht brauchen. Ne, brauch ich nicht. Ich brauch ja nur Ditte. Und Jummi. Meine Nase kribbelt. Ha! Schnell gedrückt. War voll, äh, im Können. Die Motoren hätten wir schon mal. Jetzt haben wir das nächste Problem. Ich brauche jetzt noch mal sieben Stecker. Drei, ihr kriegt schon mal hin. Aber den ist schon vielleicht... Bäh, 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 bäh. Feierabend. Ja, gut, die brauch ich aber auch. 13 Stück hab ich. Ne, die brauch ich gar nicht. Also jetzt ja noch nicht. Ich werd's bereuen, ne? Ich werd's sowas von bereuen. Ja, gut, bereuen können wir später. Hab ich jetzt alles? Irgendwie fühlt mich dann nicht danach. Äh, warten sie mal. Das kannst du nicht machen, Kabin. Weil die ist ja jetzt voll belegt. Immer noch. Nee, ist es nicht. Das ist eine Lüge. So, Platten hab ich jetzt erstmal genug. Ich muss das jetzt bloß noch umarbeiten. Und umsetzen. Also, Leute, schnappt euch das Benzin. Es geht in die Wallachai. Ei, ei, ei. Ohne Reparierpakete. Ohne irgendwas. Na, das ist ja mal bla geil. Na ja, gut. Hä? Was soll's. Langsam mummelt das Tier in sein Bad. Ja. Vielleicht sollte ich mal versuchen, das nächste Mal so eins wie sparsamer sein. So weit kommt das auch noch. Ich und sparsam. Wo kommen wir denn da hin? Also, Leute. Bis gleich. Oh, Alter. Kiegt euch das an. Entschuldigung. Muss ich aufräumen, wie gesagt. So. Ziel erreicht. Wir sind am Öl. Also. Erste Ziel erreicht, sagen wir mal so. Und mal kicken, was wir hier rauskriegen. Ich bin jetzt echt an Berlin. Hatte ich die nachgefunden? Nee, ich hatte die nur rausgeholt gehabt, ne? Nee, doch nicht. Ich hab. Zwei. So 16. Das dritte Mal 16. Jetzt 28. Das ist schon mal gut. Hallo. Achso, ich hatte ja bloß drei Stück voll gemacht, ne? Die ersten drei. Haha. Weil ich ja nicht mehr Wartungskits hatte. Ja, gut. War? Na, haben wir, haben wir. Haben wir, haben wir. Ja, gut. Ich hab ja noch ein bisschen Benzin. Also, eh mal Ausfall ist nicht so schlimm. Naja, gut. Wir hätten dann zweimal Ausfall, ne? Aber ich glaube, das kriegen wir auch kompensiert. Wir sind schon ein oder zweimal mit wenig Benzin ausgekommen. Also schaffen wir das jetzt auch. Und wie gesagt, die Ölfässer stehen ja wieder da. Also, nächste Tour, äh, Scharwafel. So, da bin ich auch wieder. Wir haben unser Ziel fast erreicht. Und ich hab ne Sache vergessen. Ich habe jetzt alles hergestellt. Für die Windräder. Aber hast du denn wirklich alles hergestellt? Was haben wir eben gerade hingestellt, äh, wegen strommäßig? Ne Batterie. Was können wir uns jetzt nicht noch herstellen? Eine zweite Batterie. Das heißt, ich muss da oben erstmal ne Werkbank hinstellen. Ja, 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 ja. Und muss erstmal, will er hier unten luten gehen, um das ganze Material für die Ene-Bergbank herzustellen. Weil wir müssen, wie gesagt, für die brauche ich ja eine spezielle Werkbank für die Batterien. Die will nicht da oben zu stehen haben. Die andere Frage, die ich mir stelle, hat sich aber gerade erst, äh, vor kurzem beantwortet. Die Frage, ich bin ganz alleine, ob ich mit Panzer auch, äh, die Quest erfüllen kann. Und zwar, indem ich die Zombies umfahre. Was soll ich euch sagen? Ja, geht. Ich hatte gerade eh einen Zombie gehabt. Ich hab ihn nicht geschafft, aber er wurde mir angezeigt. So. Ähm. Trinken. Kaffee. Jawohl. Äh, da. So, vor allen Dingen bin ich ja jetzt hier gespannt erstmal, was wir an Material zusammenkriegen. Das heißt, ich muss erstmal mein Inventar leer machen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, weil ich nämlich hier voll gespammt bin mit Eisen. Aber da bin ich ja selber dran schuld. Ich hab's ja gemacht. Haha. Und Jungiese und Plastikse. Alitse. Wir holen uns das raus, wenn wir das brauchen. Auf jeden Fall müssen wir nochmal los. Ja, gut, wa? Dit is leer. Dit is alles leer. Warum is denn dit alles leer? Weil die Batterie leer ist. Weil dit total am Mumpitz war. Ja, dit hab ich mir gedacht. Ja, dit hab ich mir gedacht. Was ist denn hier los? Also hat uns die ganze Umstellung hier überhaupt nichts gebracht. Naja, dit ist ja auch noch nie aufgewertet. Also, dit sind ja diese Standard-Stromdinger. Ach, da ist so'n Typ. Dit dude. Ist dit jetzt so'n Schneedud? Oder ist dit jetzt, äh... Das muss ich gleich mal kontrollieren. Das müssen wir mal gleich kontrollieren. Wartig oder kontrollierig? Ich kontrolliere. Hier ist zwar einer von denen. Gut. Ich bin zwar rengesprungen in seinen... Aber... Ich hab ihn trotzdem gekillt. So. Wo sind die Restlichen? Na, die kommt da unten gestürmt. Die kommen da unten gestürmt. Naja, gut. Wartet mal. Jetzt muss ich erstmal die Kacke da oben abreißen. Dat Problem ist... Ihr sagt... Es fehlen mir jetzt Materialien, die wichtig sind. Und ich sollte vielleicht vorher... Die ganze Kacke abkapsen, ne? Also... Na? Äh, Moment mal. Dann haben die doch, wenn die aufgewertet sind, viele mehr Power. Naja, gut. Egal. Ich will ja die Power durchgehend haben. So, warte mal. Ja. Ja. So, zwei... Ja, gut. Wir hätten uns ja keine zwei bauen brauchen, aber wir sind ja eigentlich drei schon da. So, reparieren. Nein. Reparieren. Nicht abreißen. So, ich stell das jetzt hier hinter hin, wenn das geht. Aber wahrscheinlich... Ja, das halt mir... Achso, ich muss das ja erstmal machen. Egal. Äh, das schaffen wir heute nicht mehr. Ähm. Erstmal Musik auf dem Pott. Und zweitens ist es schon wieder soweit. Aber wir werden morgen hier das alles aufbauen. Äh, die restlichen Geräte. Also ganz genau ein neues Stück. Dann müssen wir die noch aufwerten. Dann muss ich noch eine Batterie bauen. Wir haben sehr, sehr viel zu tun. Aber sehr, sehr wenig Zeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss. Tschüss.